...Gemein, ihr wartet für wenige. Ja, Connor als Ureinwohner hat natürlich noch nicht so viel Kontakt mit den modernen Städten gehabt. Da muss das ja wirklich Wahnsinn sein. Wenn der Nähe ist ein Laden, kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht, und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hemm genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Also gut, kommt mit dir. Und so erhält er seinen Namen, Leute. Das ist schon alles, was dahinter steckt, wie ich finde, aber unglaublich gut inszeniert. Okay, wir gehen zum Laden, um dort die Materialien einzukaufen. Ja, wer sich wundert, warum jetzt die Karte schon erkundet ist. Im guten Boston waren wir schon mal mit Haysam unterwegs. Und ihr seht, genau die gleichen Stellen sind auch immer noch aufgedeckt. Daher müssen wir jetzt hier auch nicht auf Aussichtspunkte achten. Wir können einfach spontan so unserem Ziel entgegenlaufen. Und da oben haben wir so eine Almanach-Seite. Die versuche ich mal eben zu bekommen. Ich sehe sie allerdings gerade nicht. Da. Okay, da hätten wir sie. Sehr schön. Ähm, 1736, spannend eins. Eins von vier. Sehr schön. Ne, durchs Haus laufen wollen wir nicht. Wir wollen hier runter. So. Denn hier sind wir auch schon bei so einem guten Laden. Da haben wir eine Kuriermission, das sparen wir uns mal. Wir interagieren mit der Tür und betreten den guten Laden. Verlaufen. Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am Statehouse. Okay, zu Achilles zurückkehren. Und hier auch sehr schön gemacht. Diese Läden von innen kennen wir natürlich auch schon als Hasem. Da haben wir auch schon einen solchen Laden. Ich sollte zurück zu Achilles. Alle Mann! Komm mit uns! 5. März 1770. Da war schon etwas sehr Besonderes. Ihr seht das hier schon, Leute. Was die Rotröcke da machen. Denn das war eine der vielen Auseinandersetzungen, die sich hier in den Kolonien gegeben hat. Aber schaut einfach selber. Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Und mit zur King Street. Wir zeigen es denen. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit. Patrioten, Loyalisten, Rotröcke. Das waren damals die politischen Strömungen, Leute. Aber ich denke mal, eine Politikstunde möchtet ihr hier an dieser Stelle nicht haben. Da wird euch das Spiel schon genug erzählen. Ein letztes Mal auseinander. Versammlungen dieser Natur sind verboten. Wir gehen nirgendwo hin, Bastard. Leute, geht doch zurück nach England. Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos. Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen. Niemals. Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen. Ihr Feiglinge. Sieht mit Gewehren auf Unbewaffnet. Wir haben keine Angst. Da. Was ist das? Mal gerade. Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunde nicht zünden. Aber er nimmt nichts ab. Tu, was ich sage und los. Komm her, du fetter Feigling. Du schießt hier. Okay, wir folgen dem verdächtigen Mann. Na komm, benutze das kleine Gewehr. Ja, wer es nicht verstanden hat, Leute. Die Revolte, die er gerade abgeht. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn jetzt einer schießt, dann wird das Ganze hochgehen. Dann wird die Gewalt eingesetzt. Und genau das müssen wir verhindern. Denn unser guter Achilles hat Verdacht geschöpft, dass unser Vater etwas in dieser Art geplant hat. Oi, du da. Was soll denn dieser Aufruhrfeuer im Taul ausgehen? Okay, wir folgen ihm. Durch die engen Gassen von Boston. Geh nur weiter, mein Freund. Geh nur weiter. Okay, er klettert aufs Dach. Mit einem Gewehr. Das ist kein gutes Zeichen, Leute. Wir folgen ihm natürlich. Okay, ich war nie da. Okay. Und jetzt? Hallo? Ich bin verwirrt, Leute. Sieht mir aus wie ein Bug gerade. Weil sich der Typ nicht weiter fortbewegt. Wir gehen mal runter. Beziehungsweise so. Okay, er geht weiter. Sehr schön. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Ihr Hunde! Feuer! Okay, Leute. Wir müssen entkommen und anonym werden. Schließlich ist jetzt ganz Boston hinter uns her, nachdem wir da oben den Mann getötet haben. So, rüber da. So. Sehr schön. Wir müssen jetzt hier vorne entkommen. Über den Sound springen wir jetzt elegant. Sehr schön. Ne. In den 60 Sekunden hat er nicht geschafft, die Flucht. Au. Aua. So. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir hier durch die engen Wege entkommen. So. Old South Meeting House. Wir sitzen auf. Hä? Wir müssen sofort zu Achilles. Heizt, die Schweine! Okay, voll Synchronisation leider gescheitert. Wer bist du? Was? Ey, ich verstehe es nicht. Was ist das denn jetzt? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Naja, okay. Wir laufen mal wieder. Hä, das verstehe ich jetzt aber absolut nicht. So, hier hoch. Sehr schön. So. So, hier immer schön die engen Wege und hier auf die Bank setzen. Ja, super. Ganz toll. So. Das müsste es jetzt wieder gewesen sein. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt ungesehen bleiben. Dann wären die Wachen wahrscheinlich aktiv auf uns, sobald sie uns ein Blickfeld bekommen. Verstehe ich zwar nicht ganz, aber okay. Oder doch. Ich glaube, ich verstehe es wohl. Wir warten mal eben. Werden wir noch gesucht? Nee. Ja, denn unten links seht ihr unser Bekanntheitssymbol. Das ist jetzt nicht mehr wie in den Vorgängern ein, wie soll man das sagen, so eine Art Kreisdiagramm, das sich immer mehr füllt. Nein, das ist jetzt unten rechts neben dem, neben dem, ähm, wie soll ich das am besten beschreiben, neben dem Radar befindet sich ja dieser Kreis mit diesen drei Kreisen mit den Xen drin. Und das zeigt nachher in unserem Bekanntheitsgrad. Was ist das denn jetzt? Wer hat mich jetzt gesehen? Ja, da sind die auf jeden Fall Wachen. Oh Mann. Wir gehen hier durchs Haus durch. So, sehr schön. Da sind wir auf jeden Fall entkommen. Gut, versuchen wir jetzt mal, möglichst ungesehen zu Achilles zu kommen. Oh, da kommt ein Wachen. Eine Wache. Okay. Hinter der Schnell hier lang. Sehr schön. So. Hier kommen wir ohne weiteres nicht drüber. So. Okay. Da haben wir uns jetzt jedoch schon erreicht. Sehr schön. Oh, das ist aber nicht... Ähm... Achilles, das ist Samuel Adams. Gucken wir mal den Datenbank-Eintrag. Ach, falsche Taste. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Ganz toll. Okay, wir starten die Mission. Okay. Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Beschehrung. Wer bist du? Samuel Adams. Gäts zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her! Hört her! Hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. Zehn Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Därems führen. Was kann ich denn jetzt tun? Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück, du mir, wenn du sie abgerissen hast. Ich schalline. Schöne. Ein Bes Fay. Und ich prayers sie nicht. Die Ladung. Ja. Vielen Dank.